und um Prozent aufs Maul und damit herzlich willkommen zu Sainz-Rolle genau wie er mit ihm beiden gleichen Kauken wie immer praktisch aufs Maul macht es in der Summe ich will den Randen wegschießen und treff ich nicht mal in Sainz-Roll geht doch alles warum geht das nicht egal ich würde sagen wir machen hier normal Auftrag Zeug ne und so gut ich nehme Auftrag an und dann schauen wir mal was wir da machen dürfen ich nehme ein Auto ich gehe das hier nochmal ja rein gehen und eh in der Garage geht es nicht hier ganz hinten abgeschüttet abgeschüttet hm die hat meine Autos nicht gespeichert ich glaube du hast das falsche genommen ne habe ich nicht das wüsste ich weil ich sah ja so aus daran kann ich mich erinnern und wow Fahr durch mal raus mal schauen vielleicht sind meine Autos noch drin auf jeden Fall ist das jetzt die Mission in der wir ein neues Domizil bekommen meine sind noch da ja Peacemaker Kenchchen obwohl nicht alle ich habe auch so einen blauen habe ich glaube egal ich nehme den also du siehst auch auf der Karte wo du lang musst ne und dann treffen wir uns da quasi das ist nämlich die wie schon gesagt die Mission in der wir jetzt ein neues Domizil bekommen äh mhm 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 ja der Lecks war natürlich stark ne mhm 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 oh oh mhm mhm und meine Mission ist relativ geil also ich kenne das Spiel ja schon so ein wenig ist ja nicht so alt boah alter hätte ich keine Ahnung da kommst du hinterher ja ja Ich hab einen Bullen wieder mit. Ich hab einen Bullen wieder mit. Ich hab einen Bullen wieder mit. Ich warte. Halt auf vorne. Was willst du? Ach ne. Schon wieder Spielpause? Das ist immer gut. So. Die Aufnahme läuft anscheinend noch. So. Okay. Los, fahr! Fahr, 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 fahr. Alter, was willst du von mir? Ich hab jetzt irgendwie einen Polizeistellen bekommen. Hier, guck mal. Hier rüber. Ja. Jawoll, erstmal überfahren. Fliege aber so schön. So klar ist. Tchuuu. Wow, Bandenoperationen. Schnell weg hier. Hui. Da sind sie angeflogen. Wow. Wo fährst du denn lang? Das fehlt halt aber. Ach, wenn man wie bei Portal Tab drücken könnte, um zu sehen was du machst. Wär nicht schlecht. Auf jeden Fall. Weil da fährt wieder so eine Scheiße zusammen. Ja, musst du sagen. Wer von uns beiden hat einen Führer-Fan? Du oder ich? Hehehe. Wer von uns beiden ist schon befug dazu? Okay, beide. Aber ich darf trotzdem noch nicht fahren. Äh, nur nicht alleine fahren. Dürftig. Ja. Ja. Was willst du denn von mir? So. So. Was hast du denn da? Ja. Der hat angefangen auf mich zu schießen. So. Und los, fahren wir rein. Jawoll. Und schauen wir mal, was uns erwartet, ne? Mhm. Mal gucken, ob da Hippie-Style untour ist oder so. Man weiß ja nie. Ja, aber ich habe ja schon gesehen, ne. Sau genial. Ah, ja. Das hatten wir eigentlich schon gemacht. Ja. Ja, in unserem normalen Spiel. Ohne Aufnahme. Ja. Ja. Was denkst du? Einige Arschlager ist in meiner Brüche. Die Crew ist bereit nach unten. Sag die Worte und wir crashen die Party. Let's do it. Jawoll. Sind die Party-Crasher sind wir jetzt. Party-Basher. Und die Musik. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh, perfekt. Oder fast perfekt. Synchron. Versuch mal den Fallschirm erst so spät wie möglich zu öffnen. Jetzt zum Beispiel. Achso. Muss weiter nach links. Auf jeden Fall. Land im Pool. Jawoll. Erstmal. Schock. Ich bin so schön so schlecht. Schnapp dir den Leutnant. Oder Lieutenant. Da ist er. Ich hab ihn. Jawoll. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, war ein Gigantouch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ein IIT. Drei eins, drei eins. Session 2? Okay. Huah. Das ist ein Kriegschuss. Verdammt. Boah, Alter, ist gegen hier. Auf jetzt. Wollen wir auf alle Waffen Freischuss? Nee. Du hast es bestimmt in die Grenze des Magazin. Nein. Eine Waffe hast du Freischuss, die Pumpgunner. Was? Echt? Alter, wie viel Schuss können die denn ab? Viel mehr als man denkt. Eigentlich müssen wir die gar nicht umbringen. Wir müssen einfach mal in den Lagerraum. Bam. Dir geht es gar nicht mehr ganz so gut, ne? Ja. Da oben ist noch einer. Oder eine. Pahum. Kopfschloss. Bist du schon im Lagerraum? Wo bist du? Da, wo das blaue Ding ist. Da muss man hin. Du bist hier fast richtig. Du bist nach oben gegangen, ne? Ja. Und die müssen wir mal nach unten. Achso. Wo bist du? Hier, hallo. Seid ich ums? Sehr gut. Aber die Muckel, die passt richtig gut. Ist der Lagerraum. Da, wo das blaue Ding angezeigt wurde. Und hier. Servus. Servus. Servus, servus. Da hinten. Hier, werchen da. Schnapp dir die Granate ab. Jawohl. G ist Granate werfen, ne? Oh verdammt. Schlimm Kuh. Hau bloß ab! Jawoll! Ah, nein! Einfach abknollen jetzt. So, ich lasse rein. Bewache den Aufzug. Hier, dre dich um. Da vorne. Verdammt, nachladen. Jawoll, erstmal eine Rampel reinwerfen. So sind wir so los. Nice. Wir müssen nach oben. Wir müssen wieder hoch. Dafür haben wir sie doch gekriegt. Jawoll. Da kommen uns welche entgegengleichen. Die sollen wir erschießen hier oben. Erschießen? Granate, nein. Werf! Scheiße, ich hab keine mehr. Ich hab noch eine, aber die trifft nicht so, wie ich wollte. Bam! Wir müssen hier alle beseitigen, ne? Ja. Huah! Bam! Hehehe. Ein geiler Mist. Für die Peen. Nee, die sind noch alle rot kennzeichnet. Da, wo deine Pfeile sind. Hinten, genau. Da siehst du die gut. Hehehe. Alle runterheben. Kick. Ich gehe in den Nahkampf. Bam! Oh, sorry. Könnte sein, dass ich dich gerade an die Chance machen kann. Ah, ich komme mit. Jawoll, erstmal hier tanzen. Wow! Bam! So. Oben sind noch welche. Oder eine. Wo? Da, hier. Alle hinten. Eine oder alle? Ah, cool. Beste Staub. Beseitige die Mitglieder von Morgensternen. Ja, eben. Passt doch. Ah, da sind noch welche. Oh Gott, oh Gott. Nein! Nicht tappt. Granate. Jawoll. Wunderbar. Perfekt. Und jetzt? Ich habe ja alle eben den Kerl aus den Händen geschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her, hier in den rein. Ja, warte, ich komme. Geh rein mit E, 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 E. Geht nicht, komm runter. Scheiße, ich komme nicht mehr runter. Ich weiß nicht mehr, wie ich runterkomme. Ach Gott, ach Gott. Gott. So, ein Checkpoint beginnt. Na ja, müssen wir wegen sich nicht mehr so viel machen. Ich glaube einfach nur, ja, genau. Los, du kannst rennen. Shift gedrückt halten, ne, weißt du? Shift gedrückt halten? So war das. Ich wusste das gerade nicht mehr. Sorry. Warte, die Leido. Ich bewege mich noch nicht. Da muss ich in den anderen rein. Mit, äh, Shift kannst du an Höhe gewinnen. Ich bin dran. Also ich glaube es reicht, wenn einer von uns dran ist. Das fliegt ja geradeaus, ne? Genau, da siehst du da. Das mit dem... Huhu. Wir sitzen hier an einer Bombe und du machst Schöne. Oh, ich bin runter, Kitty. Oh, ich weiß noch nicht, wie es runtergeht. Steuerung, oder? Jawohl, mit Steuerung geht's runter. Wo fliegt der denn hin? Der Sack. Hallo. Leutnant. Und du bist noch weiter hinten? Naja, macht der nix. Ja, genau. Er fährt erstmal voll. Er fliegt erstmal voll gegen das Gebäude. Da bin ich aber nicht hin. Fliegst erstmal komplett in die falsche Richtung. Ah ja. Okay, passt schon. Ach, wir müssen ihn mal ausdrehen. Da unten bist du doch. Ja. Entschuldigung, Leute. So, also ich bin dran. Kein Ding. Ja, ich seh dir ja. Ja, das ist doch gut. Oh, komm, 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 komm. Oh, kannst du mich jetzt irgendwo mal anhalten hier? Irgendwo bei dem, da glaubt, bei dem Gebäude muss der anhalten. Oder? Keine Ahnung, wo der anhält. Da hinten irgendwo. Ah, wahrscheinlich da hinten bei der Fabrik. Ah, da unten fliegt, Alter. Da bist du schon näher herangekommen. Ja. Ist der Fabrik nach hinten, Alter. Fliegt. Ja, fliegt. Geh schon mal ein bisschen nach unten. Genau, ich greife ihn jetzt an. Luftangriff. Ein überholender Fass. So, mir ist jetzt egal, was du machst. Ich spring jetzt raus. Zack. Fallschirm öffnen. Boom. Erstmal vor auf die Schnauze gelegt. Warte, ich warte auf dich. Nur noch zweieinhalb Minuten, ungefähr. So jetzt zurück, eh, und ab. Aufs Maul gelegt, die Höhe. War noch ein bisschen zu hoch. Altweilchen, die Römer. So, da muss man rein. So, ich habe noch eine Morte, jawohl. Boah. Schön aufgeräumt, gut gemacht.